Hey Leute und willkommen zu diesem Video. Heute packen wir mal die Bose QuietComfort 15 aus. Das sind wirklich preiswerte Over-Ear-Kopfhörer. Mehr dazu nach dem Intro. Viel Spaß! Nachdem wir die Umverpackung der Kopfhörer entfernt haben, was übrigens gar nicht so einfach ist, erwartet uns ein minimalistischer Pappdeckel, unter dem wir einen Garantiebestimmungszettel für die eigentlichen Kopfhörer finden. Dann erwartet uns eine Tasche für die QC15 selbst, die wir aber erst einmal zur Seite legen. Neben weiteren Papierkram, für den sich sowieso keiner interessiert, würde ich sagen, schauen wir doch mal, was uns in der Hard Plastic Case erwartet. Da hätten wir wieder einmal ziemlich viele verschiedene Papierzettel, aber natürlich auch die Over-Ear-Kopfhörer selbst. Diese wirken beim ersten in die Hand nehmen wirklich sehr wertig und leicht, doch stabil sieht ganz klar anders aus. Im Großen und Ganzen wirken diese Kopfhörer alleine durch die gewählten Materialien extrem hochwertig. Weiter geht es aber mit einer Batterie für den Kopfhörer selbst, einem Adapter fürs Flugzeug und zwei 3,5mm Audiokabel, bei denen ich noch keinen Unterschied feststellen konnte, trotzdem sehr nützlich, weil es eines davon kaputt gehen sollte. Das soll es aber auch wieder von diesem kurzen Unboxing gewesen sein. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao! 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 Ciao!